Es ist Zeit, zu beobachten, Martin. Sie haben die Schwierigkeit von Frau Gillinghams verletzt, nicht wahr? Alles, was ich getan habe, ist sie schreien und sie künftig zu ihr. Ich habe keine anderen Schmerzen gemacht, als sie was sie brauchte. Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, dass wir alle unsere Aktionen für uns selbst in irgendeinem Weise verletzen. Also komm, erzähl mir, was deine Ursache ist. Ich kann mich für das schlussieren. Sie haben mir nie etwas von niemandem, außer Lüge. Also es ist schlecht, die Parenting, dann? Wie convenient. Wo sind deine Eltern? Six feet under, I suppose. When the flu a weak and my father enough for him to be too weak to punch me, I figured it was time to run away. Hm. Ich habe seinen letzten Hint bekommen. Martin verstießt in die kranken Eltern, die von der Epidemie befallen waren. Was? Is that why you let them die of the flu? Because your father was beating you. When the epidemic started, last summer, I begged them to leave town. Neighbors were dying. Houses were looted. But they chose to stay. Do you have any regrets about what happened? I haven't got regrets. But sometimes, I would like to make sure they're gone. Dead for good. Okay. Ah, they're very dark. What do you know about Sean? Sean Hampton. Can you help him? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that. Yes. Sorry. I don't know where he is. Mhm. Okay, you're healthy. I can't heal him, but from that... Come and have a gander. What have we here? Lock your horse, governor. Or are you just out of your mind? Good evening, Mr. Throckmorton. Dr. Reed. Can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Sie sind ein Schwindler. Sie sind ein Schwindler. Never faced, let alone killed the vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Hmm, sie haben Mut. You have courage, Mr. Throckmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. Ah, was? Himmel ist fehlgeschlagen. Was? Oh Mann. Ja, okay, das war's aber auch. Okay, was dieser Ladebildschirm war, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich finde, der Einsatz von ihm sollte belohnt werden. Wir hängen die Poster auf. Wo hänge ich die auf? Links rum. Ah ja, da. Was macht das für mich? Ein Double- oder ein Triple-Agent? Hm. Ichabods Plakat. Die Gefahr ist unmittelbarer als Sie denken. Sie sind bereits hier. Lassen Sie sie nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie ein Vampir gesehen? Holen Sie sich Hilfe! Ichabod Throckmorton! Sachkundiger Vampirjäger. Ich finde das gut, wenn alle zu ihm gehen und nicht zur... Äh... Okay, was ist das hier von der Hütte? Warum kannte ich die noch nicht? Ach, die Tür wurde aufgeschlossen. Die hier, okay. Aber halt, da liegt noch Geld. Ich glaube, das Haus hat auch schon mal bessere Ausstellungen als eine Ratte. Okay, wo sind wir jetzt hier? In die Richtung will ich aber gar nicht raus. Dann gehen wir wieder zurück. Hier wird das nächste aufgehängt. Genau, da vorne ist noch mal eins. Da. Da ist das Billboard. Nur in die andere Richtung. Und dann kann ich noch mit dem Itcher-Bot reden. Ich glaube, mit dem Reden, da war ich zu nah an den Docks dran, dass ich irgendwas getriggert habe. Aus Versehen. Und jetzt ist das vielleicht verpackt. Ich hoffe mal nicht, aber ich... Bin mir unsicher. Äh... Mal mal. Da. Schau mal, das kann ich hier auch rein. Achso, hier war ich schon drin. Dann. Mr. Throckmorton sollte sich glücklich sein. Das habe ich hier ja noch nicht wahr. Doch, ich war hier schon. Ich habe es mir einfach übersehen. Oh, warte mal. Wenn ich da rechts reingehe... Ach, das ist die Tür. Die habe ich eigentlich schon mal aufgemacht. Das war hier der Shortcut. Genau. Okay. Jo, erstattet Drop-Mod-Incher-Bot-Bericht. Wir haben echt gute IP wieder gesammelt. Obwohl wir keinen aussaugen. 3400 ist stark. Aber ich meine, unsere Fähigkeiten kosten noch über... 1000 zu aufwerten, also... Oh, Mr. Ichibot. Okay, wenn du das meinst. Ich glaube, so leise bin ich nicht. Kann ich mit einer Unterstützung? Habt ihr noch etwas zuvor verstanden? Ich habe deine öffentlichen Dienstleistung aufgenommen. Entschuldige, dass die Gemeinschaft gefragt wurde, die der vampirische Presse. Danke, Dr. Reed. Vielleicht hast du es nicht fasziniert, aber du hast heute ein sehr viele Leben geschaffen. Okay. Okay. Ha, jetzt krieg ich da noch einen Hinweis jetzt. Und einen hab ich halt verkackt, leider. Oh, der 4 ist er sogar. Der Beschützer von Sean Hamptons Notunterkunft. Ah ja. Kann ich ihm jetzt noch was sehen? Oh, warum bist du jetzt die Notunterkunft? Hab ich jetzt freigeschaltet. Ah verdammt, das hab ich schon mal. Okay. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Mr. Throckmorton. Erfolgreich. EP. So, jetzt haben wir in den Docks nur noch den hier. Der ist irgendwo hier hinten. Irgendwie komme ich da in die Kanalisation. Wahrscheinlich, wenn ich mir das anschaue, die Notunterkunft. Hier muss ich hier Sean Hamptons finden. Und dann geht's hier hinten raus und dann da in die Kanalisation rein. Also hier rum. Geht's in die Kanalisation und da ist dann der Dude irgendwo. In der Kanalisation, das heißt. Wenn wir in den Western Docks keinen Unterkunft bekommen. Fällt mir eben auch. Soll ich in den Norden Docks gehen? Ah, das ist blöd eben. Hier oben haben wir immer noch hier unsere, naja. Hier oben haben wir gar keine Unterkünfte angezeigt. Oh, wir haben gar keine Unterkünfte angezeigt. Oh, wir gehen hier mal rein. Da war irgendwas da hinten. Oh, schau mal. Noch eine Frau, noch eine Frau. Oh, die wischt den Boden. Ja, 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 erst mal klaue ich euch alles, was geht. Ja, guten Tag, die Dame. Guten Abend, Frau. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Kann ich deine Augen aufhören? Guten Abend, Herr. Mein Name ist Giselle Paxton. Aber ich habe keine Zeit für Männer wie dich. Haben wir uns vorher schon mal? Nein. Aber ich muss nur auf deine fancy Kleine schauen, um zu wissen, dass du dich in der Nacht zu besuchen bist. Na, wie feindlich sie ist. Und die könnte ich messen mal hier. Was arbeitest du denn? Ja, ich bin schon ein paar Mal da umgegangen. Hm. Oh, ein Doktor. Hm, born mit money in einer nice house, war ich? Was Daddy a banker? Oder ein Doktor himself? Oh. 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 Are you judging me by my clothes? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Okay. Was kannst du mir erzählen? Ich erzähle dir was. Ein paar Wochen hier. Und dann fragst du mir diese Frage wieder. Wenn du noch lebst bist, würde ich sagen. Wenn du etwas zu sagen kannst, sag es. Ich habe mich von allem. Oh, das ist gut. Du willst Informationen? Er ist tot. Hier ist eine für dich. Giselle Paxton nicht mag dich überhaupt, Doktor. Du siehst mich, Frau Paxton. Und du siehst mich als ein Feind. Oh, deine Manöse, deine Kleine, deine Worte. Sie erzählen mir alles über dich, Herr. Ich weiß, dass du dein Kind. Und du gehst hier nicht. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass ich hier nicht hingehöre. Das kann ich auch schlecht so genau, so direkt sagen. Sie haben keinen Schimmer, wer ich bin. Ich bekämpfe Armut. Sie haben keinen Schimmer, wer ich bin. Frau Paxton, du wirst wirklich nicht meinen Kind. Du wirst keine Ahnung, wer ich bin. Alles klar, okay. Jetzt muss ich alles verarbeitet werden. Du wirst dir nicht, was ich die ganze Zeit beleidigt. Sie sprechen von Strikern und Schwerf. Sie sprechen von Strikern und Klassischen Begriff. Ich bin richtig, dass du, dass du in die Aktivität beteiligt bist? Ich glaube ich bin. Ich bin. Ich bin. Heute bin ich ein anderer Arbeitgeber, von der großen Schwerf. Ah ja. Du hast deine Arbeit verloren, wegen de deinen Glauben. Es sind wirklich ein Arbeitgeber, der nicht schlussiert die Flüchtlinge und nicht sicherlich sind. Besonders wenn es eine Frau ist. Es ist nicht das Ziel der Unternehmen, um die Arbeitgeber zu helfen? Warum nicht sie dich unterstützen? Ein paar Nachts zurück, habe ich das Geld verloren, die meine Kampagne haben gefragt, mich zu schlafen. Mit mir und meiner Freundin zu schlafen, haben sie gedacht, dass ich es verholt habe. Was wirklich passiert? Ich trank zu viel die Nacht. Strangere Männer sahen mir das Geld in der Bar. Eine Art Militia, in Uniform. Ich bin sicher, dass sie mich gebracht haben. Schon hat das Geld der Gewerkschaft verloren, der sie angehört. Kriegsbeute, neue Untersuchung. Nur alles Hinweise. Ich suche noch Sean Hampton. Kannst du mir helfen? Was ist das, was du willst? Hat er dir Geld verdient? Hat er eine Royal Highness nicht verliebt? Ich bin kein Blatt, Herr Fancypence. Okay. Aber sie haben mir auch nicht gedacht, wie viele Quests wir hier haben. Such dir die Diebe, die sie bestohlen. Aber ich glaube, wenn ich die finde... Wo sind die? Oh, die sind hier. Oh. Ja, okay. Well, ich werde dich für jetzt verlassen. Auf Wiedersehen, Frau Paxton. Da gehen wir jetzt ganz schnell noch hin. Aber eventuell habe ich da schon bisschen was zerlegt. Da hängen wir jetzt über diese komischen Plakate. Wieso habe ich das getan? Was ich glaube, nach oben? Komplett egal, ob ich hier nach oben gehe oder nicht. Hier kann ich jetzt wieder runter. Was ist das? Ach so. Das könnte sein, das Giselle Paxton sagt. Ich sollte weiterentscheiden. Ein Seiten, Frau Ehrlein. Oh, wir nehmen mal dich hier mit. Und Ulten. Ey. So. Hammer. Beide. Oh, und da liegt er derzeit hier, Mann. Ja, die Wache von Privalen. Und was ich gesehen habe, ist... Hier ein Sewer-Gate, sag ich mal. So, wo? Achso, da komme ich noch gar nicht rein. Da komme ich wahrscheinlich raus dann später. Das ist der Fluchtweg. Jetzt gehen wir zu Giselle zurück. Hm. Bring's hier zurück und blüge sie... Äh, verdammt, wo bin ich denn eben? Achso. Ups. Ach, aber schau mal. Da ist eine Küste. War der einfach leer? Da vorne blünkelt aber auch noch was. Da ist wenigstens Geld. Das sollte nicht leer sein. Oh, und jetzt werden wir nur noch gehofft. Da ist da auch nochmal. Lot. Da gehen wir da rein. Da ist noch eigentlich was rumhockt. Da vorne ist Giselle. Ah. Sean Hampton ist hier vorne hinter der Wand. Obwohl, nee. Nee, zu ihm hindrehe. Ungefähr da ist er. Also hier drin und dann ganz rechts rein in diesem Raum. Hm. Aber erst mal Giselle. Giselle. Paxton. Ich hab die Diebe identifiziert. Ja. Das hab ich. Vielleicht magst du mich dann ja auch mehr. Ja. Ja. Ich hab das. Ja. 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 Aber Jacks Tod hier, wir kommen. Natürlich weißt du, das hat sie jetzt eben gesagt. Okay, sie mochte den wirklichen Sohn. Hm, aber sehr wichtig für sie. Offenbar war sie in ihn verliebt, aber da haben wir leider nichts neues. Well, I'll leave you for now. Goodbye Miss Paxton. Untersuchung erfolgreich. Damit haben wir auch einen Safe Point. Ich habe leider hier keinen Unterschlupf, soweit ich mein. Da hinten ist ein Unterschlupf, der ist aber zu weit weg. Ich würde einfach versuchen, hier derzeit raus zu gehen. Dass ich jetzt ins Hauptmenü gehe dann. Und dann schauen wir mal, wo wir das nächste Mal rauskommen. Und so sage ich, danke fürs Zuschauen. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Servus.